Das ist mein Minecraft. Dank unserem Goldcrafter, der aus Versehen gerade die Aufnahme beendet hat, bringen wir jetzt noch Folge 3. Wir wollten ja eine neue Welt anfangen. Deswegen tut es uns leid, dass wir letzte Folge nicht verabschiedet haben. Und ja, hier ist wieder euer Minecraft IP. Tut mir leid, halb vergessen. Ach komm, natschun, natschun, natschun. Nein, tschüss, ich kann schieben. Warte, spät, so. Hä? Ich hab die. Nein, leck, leck. Gut, benutze BASD, um die Maus, um sich zu bewegen, das wissen wir, drücke Space und springen, wissen wir auch, mit den Öffnissen, mit den Tau, Öffnissen, äh, ja, wissen wir auch. Oh nein, warum leckt das so? Zack, zack, zack. Diesmal brechen wir gleich auf. Ich hab die Bock, ey. Shut up. Shut up. Zack, 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 zack. So. Und zack. Brauchen wir die Ärger. Was will ich denn machen? Ich. Na super. Ja, ist klar. So, so, so. Alter, hörst du mal auf. Hör auf, immer so nach anzugehen, Theo. Bitte. Hör auf. Ja, ich nenne dich jetzt mal den richtigen Namen. Weil du unfähig bist. Dann drücke ich jetzt auf Stop. Marvin, farbig. Ach, halt mal. Ich habe nicht mal deinen Hinternamen genannt. Du kleiner Pisser, ey. Christian hat einen Pissfläck. Ja. Ja, in einer Klasse, der heißt Christian, der hat einen Pissfläck. Den sehen wir immer im Sport. Das ist so eklig. Ja, Spaß. Das ist das übelste Haste. Der Nerv war ihm überwurzelt übelst. Der hat jetzt letztens so ein Ding gegründet. Der hat irgendein übelstens, perverbes Bild gemacht. Arschbläser. Ja, die Gruppe heißt jetzt Arschbläser. Das ist bestimmt so ein Arschbläser. Der ist ein. Blaser. Warte mal, wo bist du? Hier bist du eingestiegen, gell? Kann sein. Ach komm, wir fahren einfach mal Richtung Westen. Und auf in die weite Welt. Ich bin eigentlich nach links gefahren. Oh, Spritzi, Spritzi. Ach komm, wir gucken mal ein bisschen ins Wasser. Ups. Ich reise tagelang, jahrelang sogar in mein Brot umher. Es leckt ständig und kein Land weit und breit in Sicht. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Ich weiß gar nicht. Warte mal. 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 Ich will nur die eine Melodie machen. Ich bin sofort fertig. Welche Melodie? Da gibt es noch eine P. Oh, das sieht auch interessant aus. Warte mal. Ist das? Ja, warte. Könnte es sein? Na gut, das glaube ich weniger. Das ist Mushroom Island. Das ist, warte mal. F3, gell? Koordinaten. Multipli. Nein. Hä? Schade. Hier steht doch, in welchem Biomann immer ist. Ach so, Stone Beach. Wir sind in Stone Beach. Wie kommt rein? Oh, da oben ist Schnee. Da, 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 da. Das sieht aber schon interessant aus mit der Lava, gell? Stimmt's? Ja. Und wir fahren wieder weiter. Ja, hinten ist einfach nur so ein Baum im Wasser. Oder bildet es sich da gerade ein Biomann? Ja, da bildet es sich ein Bein. Ja, ist gut. Hä, wieso baut sich das Kart ab? Hä? Was? Hä? Diese scheiß Legs. Hä? Hör aufzulegen. Das ist schwer, ja. Oh Mann. Alter! Komm, ich setze noch eins. Ach, ich weiß, warum das weg ist. Weil es wusste, dass ich schon wegfahre. Deswegen hätte ich es lieber freiwillig erfordern können. Hör aufzulegen. Hör aufzulegen. Hör aufzulegen. Hä? Waren wir nicht gerade noch da? Hä? Das Boot ist weg. Ja, aber trotzdem, da sind wir gleich wieder an Land gewesen. Ist das normal oder wie? Hör aufzulegen. Hör aufzulegen. Hör aufzulegen. Du stirbst ja. Nein. Doch. Ach, scheiß Boot. Warte mal, haben wir noch eins im Inventar? Nein, wir haben keins mehr im Inventar. Ist klar. Warum fahrst du überhaupt da dann? Juhu. Keine Ahnung. Einfach so. Jetzt auf. Mach das auf. Nervt. Nervt. Guck. Nein, nicht immer wieder. Erstens, da sind die Kühe. Und zweitens, guck mal, ein kleines Jump'n'Run. Guck mal, ob da drunter Wasser ist. Ja. Nein. Und das? Hör jetzt. Hör auf. Ich sag's ja. Oh Leute, guck mal, hier oben. Jetzt. Patz. Okay, ich muss heim. Was? Ich muss heim. Nein. Hä? Ich will. Fuck. Kannst du vielleicht noch? Nein. Wie dann geht die Aufnahme? Okay, dann. Noch fünf Minuten, bitte. Bitte, 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 bitte. Sonst krieg ich Anschluss und darf nie mehr zu dir. Ja, ist klar. Ich muss aber jetzt mal viel zu. Damit ist der Aufnahme. Ja, dann würde ich sagen. Aufnahme beendet. Tschüss. Nein, nein, nein. Würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Gebt euren Kommentar. Like. Und hier war wieder Marvin, glaube ich, äh, äh, ähm, Diamond Crafter, äh, und jetzt dann tschüss.